so damit hallo und herzlich willkommen zurück und ihr können sehen motoren stahlplatten und alles mögliche was wir so haben und computerteile sind ein bisschen wenig aber das andere ist recht viel und wir sind komplett voll das heißt wir fliegen jetzt wieder zurück davon dass jetzt nicht geschossen werden oder sowas aber einmal rum bohren waren gut dass wir die vielen triebwerke darauf haben das sieht man dann schon trotz des gewichts sind wir da recht gut dabei wir können 19 stunden fliegen ist jetzt nicht wirklich viel das heißt ich werde eine zweite energiezelle installieren ich glaube es ist noch immer nicht richtig tag wir haben mich noch kein sonnenlicht hier wir sind schnell genug das wird abhauen können das eigentlich das wichtigste moment amson funktioniert auch halbwegs vernünftig die könnte besser sein und wirklich besser sein könnte deutlich besser sein gott ich schalte das jetzt mal aus das geht ja gar nicht zum glück wir haben bisher aktuell noch in ruhe gelassen mal gucken wie lange bin da noch ein bisschen skeptisch wir brauchen auf jeden fall einen verbinder nach hinten raus das müsste eigentlich gehen bin ich der meinung das war sogar schon ja hier oben macht keinen sinn hier oben macht keinen sinn hier oben ist unsinnig schnelles wegnehmen hier rausbringen vieles ist ja genau das ist nämlich das problem viel ist es nicht was wir nämlich mitnehmen können das hier bilden repassiert haben wir doch ordentlich gesammelt 1000 schlag mich dort mua geht ne warte mal dann schalten wir es nämlich wieder an achso es ist angeschaltet ok ja das ist in Ordnung mhm mhm Soto zugreifen und das passt ja wieder nicht. Da muss ich schon wieder die Energiezellen wegnehmen. Es ist egal. Können wir es anders installieren. Das. Machen wir eine Energiezelle, nämlich links und eine rechts. Sehr schön. Machen wir hier eine hin. Da eine. Das ist auch ausgeglichen. Dann nehmen wir das nur noch kurz um. Irgendwie so. Ich brauche noch eine Kamera nach hinten. Sonst wird das nichts. Warum ist das Geruchskub auf rot? Kann mir das einer erklären? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, weil wir gar keinen Strom haben. Deswegen. Deswegen. Was war da? Sind alle auf an? Ja. Ich brauche 20 Energiezellen. Ich brauche noch ein paar mehr. Das ist auch nicht so dramatisch. Okay. Eins schon fertig. Das ist noch kurz das andere. Sehr schön. Wie lange reicht es jetzt? Mal schauen. Drei Tage. Okay. Drei Tage reicht mir. Kamera. Genau. Könnten auch die nehmen. Ja, ich glaube, die könnte besser sein jetzt an der Stelle. Geht ja nur ums Rückwärtsfliegen. Und könnte funktionieren. Kannst du die Kamera hier noch mit reinlegen. Sehr schön. Kurz verriegeln. Okay. Kleiner Frachtcontainer. Alles, was ich habe, geht rüber. Genau. Gut. Bepärsystem geht komplett rüber. Und. Das ist ein mittlerer, ne? Ach nee, ist Cargo. Ist der. Genau. Der geht auch komplett rüber. Genau. Und dann kann dieses Gerätchen dadurch jetzt auch schneller aufladen. Das ist auch ganz nett. Ja. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ja, es ist wirklich sehr kompakt gehalten. Vielleicht würde es mittlerweile eins von den großen reichen. Aber bei so extrem viel weniger Gewicht ist es jetzt auch nicht geworden. Na ja, gucken wir mal. Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich dann für heute. Wir haben ja die letzten Male schon mehr als genug überzogen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank.